Hallo Freunde, hier mit dem Spiel von Toulouse gegen Auxerre, wie auch immer die heißen. Ihr wisst ja, Französisch ist nicht so mein Ding. Auxerre. Keine Ahnung, wie die heißen. Auxerre. Müsst ihr mir mal alles bitte phonetisch in die Kommentare schreiben. Das Trikot finde ich eigentlich ganz cool. Grau und dann Pink. Eigentlich ja, es pinkt nicht so meine Farbe unbedingt. Aber das geht eigentlich, kann man tragen. So, da haben wir schon mal den Ball stibitzt. Ben Bazar, Dumet. Oh je, oh je. Ja, haben wir. Ah, den habe ich schon von Anfang an erkannt, dass der daneben geht. Ben Yedda. Oh je. Oh, was ein schöner Schuss, den er da rausgedrückt hat. Alter. Ja, auf jeden Fall, bisher schon mal eine gute Chance. Wichtig wäre es jetzt mal, ein paar Pünktchen zu machen. Punkte. Pünktchen, Pünktchen. Was war nochmal mit dem Spruch, den ich da hatte? Hatte ich irgendwie letztens einen Spruch? Irgendwas hatte ich doch da. Irgendwas mit dem Pass oder so? Ich weiß es nicht, ne? Nein. Redmond, schnell weitergeleitet auf Dumet. Jawohl. Wunderbar. Genau so. Da, alter, wie wir uns da krass durchsetzen. Das ist ein bisschen schon nah am Foul gewesen. Schaut es euch mal an. Ihr. Und ich drücke und drücke und drücke und denke, warum schießt er nicht? Schieß doch. Na gut, er hat sie nicht weggehauen. Aber es war grenzwertig schon. Also es war schon grenzwertig, fand ich. Sanogo. Endlich ist das Ding drin. Ich habe eben gerade zwei Spiele mit Bremen aufgenommen. Die waren so wunderschön. Bayern und Dortmund waren meine Gegner. Oh je, oh je. Das war ein schönes Spiel. Philippe Santana. Den haben wir heute auch schon gespielt. Bei uns ist er ja noch nicht so angekommen im Team. Ben Yedder. Auf Redmond. Ben Yedder verliert den Ball. Haddad. Haddad? Oder Haddad nicht? Ich weiß es nicht. Ah. Sehr schön. Ab der nur. Oh. Ben Yedder. Ben Yedder. Ben Yedder. Ben Yedder. Ich gehe meinen falschen Weg. Ich kann es bei FIFA nicht. Jo. Schöner Schuss von Redmond. Und Tabanou. Ebanega. Okay. Öh. Den wollte ich gar nicht anpassen. Genau ihn hier. Wunderbar. Oh, nee. Aufgepasst. Wir wollen hier nicht unnötig was riskieren. Ei, ei, ei. Also, wenn wir da ein bisschen mehr, wenn der Gegner da mehr Präzision gehabt hätte. Dann wäre das Ding auch locker drin gewesen. Zack, 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 zack. Ich weiß im Moment gar nicht, wer besonders gut gerade in der League 1 ist. Müssen wir mal nach diesem Spiel nochmal schauen. Ben Yedder ist mir sehr positiv aufgefallen. Ja, aha. Okay. Ich verstehe nicht, warum die manchmal so kurz passen. Das ist doch irgendwas falsch. Das ist falsch einfach. Das ist einfach falsch. Und jetzt tippse ich den an und dann schieße ich ihn zum Mond. Das kapiere ich nicht. Da ist irgendwie eine Hilfe wahrscheinlich an. Aber ohne die funktioniert das erst recht nicht. Also, ich komme nicht mit FIFA passen und so weiter. Klar. Das ist ein bisschen doof alles. Ich hoffe ja, dass es mit dem 14er viel, viel besser wird. Ach, meine Güte. Okay, die erste Halbzeit haben wir hinter uns. Boah, war das ein anstrengendes Verfahren. 1 zu 0 haben wir schon mal gemacht. Mit sehr viel Glück. Jetzt heißt es hier, ein bisschen locker aufzuspielen. Das Problem ist, wenn ich versuche, so locker zu spielen, dann verlier ich immer den Ball. Und wenn ich zu schnell passe, dann verlier ich auch den Ball. Philippe Santana. Sehr schön. Das war nicht geplant. Das ist irgendwie ein Fehler. Das ist falsch. Er sollte zu Philippe Santana. Ich habe ganz normal X gepasst. Als wäre das irgendwie geplant. Das ist doch geskriptet oder was? Dass man den Ball verliert. Ich habe ganz andere Richtungen gedrückt. Das kann doch nicht sein. Dass dann einfach plötzlich mal eine andere Richtung rauskommt. So nach dem Motto, ja. Jetzt hast du hier lang genug herumgespielt. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte hier so lange herumspielen können, wie ich möchte. Da war ich ein bisschen zu doof mit Lenken. 56. Angriff dauert ganz schön lange von uns. Okay. Kann man so machen. Ich weiß noch keinen Weg hier durch. Ben Basard. Ben Yedder. Boah. Hat er hat oder hat er nicht? Philippe Santana hat jetzt die Pille. Mit rechts. Ich glaube es nicht. Das war spitze. Spitze, spitze, spitze. Da trinke ich noch mal ein Schlückchen hier. Ja. Was ist jetzt los? Okay. Da haben wir die Pille. Lauf, komm. Ja, Annahmeprobleme mal wieder. Die Annahme wird verweigert. Jetzt möchte ich nicht einen Ball reinkriegen. Nein, ich möchte nicht. Es ist doch beschissen. Ich kann nichts machen. Ja, wunderbar. Wenigstens abseits. Aber es ist doch beschissen. Ich kann nichts machen. Warum? Äh. Warum müssen denn immer diese Bälle falsch fliegen? Man sieht es schon direkt. Es ist doch einfach so gewollt. Ich muss hier echt dringend was machen. Ein paar Spiele rausbringen. Ah, Tabanu. Ah, er muss sich auskurieren. Wir sind alle sehr unfrisch. Auf keinen Fall den Ball in der eigenen Hälfte ins Ausspielen. Ja. Okay, okay. Boah. Mein Fehler. Ramos. Okay. Erstmal weghauen. 2 zu 0. Also ich möchte gerne mal hier die 0 hinten behalten. Müssen irgendwie da aufpassen. Freunde. Philippe Santana macht erstmal hier Schüssel-Koske. Ja. Hau meinen Spieler um. Oh. Oh. Ben Yedda hin. Bo-Broli. Bo-Broli. Ja. Necke für uns. Auf jeden Fall ein schöner Schuss da von unserem Ben. Ben Yedda. Badmond. Badmond wird da angegangen. Verdammter. Fehlpass immer. Meine Güte. drauf. Auf camps, 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 wie auch immer. Den wollte ich leider da auch nicht anspielen. Aber. Ja, wie oft wird er denn noch mit der Hand spielen? Meine Güte. Meine Güte. Ich kann nicht mehr da hinten weg. Haben wir ein Glück, dass wir da nicht angegangen werden? Also es war ein Kampf. Es war ein richtiger Krampf. Also schön war was anderes. Ei, ei, ei. Ja, als sie unterschrieben haben, haben sie mir eine Rolle Versprechen gemacht, aber diese werden momentan nicht eingehalten. Ach so. Das war mir doch bewusst. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind Platz 10 mit 10 Punkten. Das ist doch mal schön. Nach sieben Spielen 10 Punkte. PSG Platz 1 mit 19 Punkten. Ja, okay. Rodrigues plant Toulouse Abflug. Da motivieren wir uns nochmal. Und ich werde jetzt hier unsere Mannschaft nochmal ein bisschen machen, bearbeiten. und dann sind wir beim nächsten Mal gegen Valenciennes oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, wie sie genau heißen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, vielen Dank fürs Zusehen.